Wer ist ausgestiegen, fährt weg! Fährt um! Alter was denn? Nooo! Wer hat das Ding mitgerammt, der fließt rein und explodiert. Was? Mein Timpest, mann, wer war das? Wer hat mich gerammt? Der Steven oder so. Ich bin tot. Nee! Ey, ernsthaft jetzt? WTF, Alter? Was, WTF, Alter? Der Steven oder so. Das war D-Sync, ne? Das war D-Sync. D-Sync, mein Arsch! Du bist voll reingeprettert, Mann! Ihr seid doch Hunks, Alter! Ich überfahre den, ey! 300 Sachen reingeprettert! Rammt dich! Dein LKW fliegt in meinen Reim, ich explodiere! Ich hab den Hemet gerammt!